es mir geht. Tino du hast Vorräte. Was? Echt? Ja du hast Vorräte. Hinter dir sind die. Oh tatsächlich, danke. Jetzt kriegst du nochmal Vorräte. Gehst du weg? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Hunter. Wir spielen wieder eine Runde Kistenkrieg und wer kann da mein Gegner sein außer der Early Boy. Hallo. Ich hab grad voll mein Zeugs hier runtergeschmissen. Und dabei habe ich noch den M Core, der natürlich auf meiner Seite spielt. Ja wo ist Leute? Dann spielen noch mit der Black Chicken Wings, der Smoker Toni, der Domi, der HD Gameful, der Tiger, der Longboarder HD, Löwex, reiner Zufall und unser Badlags. Immer auf seiner Seite. Äh, ihr wirst nicht über die Hälfte laufen. Kennt ihr ja alles. Guten Tag die Herren. Kann ich ihm weiterhelfen? Möchten Sie ein Paket kaufen? Das ist so. Möchten Sie Socken kaufen? Die haben wir Socken mal angebaut. Ihr könnt mal bitte das Auto verschießen. Nein könnt ihr nicht. Geht weg. Geht weg von dem Auto, weg von dem Auto. Da rechts, rechts ist Tino, rechts ist Tino. Kommt auf die rechte Seite hinter mir. Hinter mir kann sich einer hinstellen. Hinter mir. Hinter mir. Ich bin hier am LKB. Let's go. Wenn ihr nicht sagen dürfen. Mein Team. Das redet sie an. Mein Team. Hallo. Der steht genau neben mir. Stell dich hinter mir. Glaubst du, dass du eigentlich durch dein Quatschen irgendwie Kissen kriegst? Hier. Tiger. Stell dich hinter mich. Kleine Tino ab. Das Gelbe. Komm, Mann. Tiger. Hinter mir. Komm. Ein weiter nach rechts. Hier. 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 Ich bin da schon mit dem Schild. Und nicht auf das Schild ballern, sondern auf seine Füße. Ach du schon. Tino hat die Schnauze. Schieß auf seine Füße. Seine Füße. Schieß mal auf meine Füße. So, Tino, vor bitte. Ja. Vielen Dank. Jetzt baller auf seine Füße, seine Füße. Los, vor dem Rauf der, vor dem Rauf der. Da kommt ein Gegner nach rechts. Ja, wunderschön. Oh mein Gott, diese Ansage. Ich bin eins vor Kiste. Was? Eins vor Kiste? Nein. Oh, der hat mich. Bist du verreckt? Ja, leider. Warum machst du sowas? Das sollst du nicht. Das ist nicht für dich gewesen. Ach, das war nicht für mich. Was soll denn das heißen, bitte? Nein. Hast du einen Vorrat oder was meinst du hier? Ich? Vorrat? Nein, ich meine den anderen Turpen. Ich hätte gehofft. Kurz früher gestorben. Schmeiß nicht doch mal jemand hinter mich, Mensch. Hier, guck mal, da ist ein Gedanke. Links steht ein Wäscher. Nein, nein, nein. Ja, 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 wie ich das überlebt habe, wie ich das überlebt habe. Ich bin, ich bin in diesen Scheiß-Druck reingelaufen. Ich bin in diesen Scheiß-Druck reingelaufen, um das zu überleben. Echt jetzt? Ja. Hat keiner von euch eine Granate, die er mal in den Truck reinschmeißen kann? Ohne Scheiß, ich stand hinter mir einer, der in dem Moment nicht geschossen hat, ey. So knapp. Echt? Für wen? Für dich, Dino. Aha, so will ich. So will ich. So will ich. Ich bin beim ersten Mal ein Kilometer gestorben. So, ich bräuchte mal Munition hier. Ja, tylko. Du musst doch mal capiteln. Harp gilt nicht. Passo, auf linke Seite liegen die ganze Zeit welche. Was soll denn das werden, Mann? Was soll denn das werden, Mann? Was soll ein extent werden, Mann? Hier kommt auch ganz nach rechts, mein Team, mein Team hier, Team auf der Seite, wo B ist, kommt rechts zu mir. Kommt rechts zu mir, hier sind alle. Stellっぱ hinter mich und 제가 aldi開 spielen. Jetzt alle, alle da zum Timbit Gang zu cremeln? Aber kann ich steigenstoffe laufen? Dankeschön! Und ich bin zum Tier verlangen zum Focher hätten! Oh mein Gott! Wann wollt ihr von mir, hä? Ja, wo ist er denn? Hier ist er. Hier ist er. Ganz links... Ganz links... Ganz links, äh, ist der Oliboy. Hier, den dürft ihr kaputt machen, ne? Hinter dir. Hier, Emco, hinter dir, den darfst du putt machen, den Mann. Nix da, nix da, nix da! Ich muss die Vorräte zerschönen! Lass mich leben! Leiner Seite, mein Freund! Wo ist der Heli? Ich brauch Punkte! Feindliche Vorräte unterwegs. Das ist total unfair, ich kann den Heli nicht anvisieren, bevor er nicht nur auf dem Spielfeld ist. Also ich kann den nicht so zerstören, dass die Vorräte bei mir landen. Ohhhh, das tut mir leid. Ja, das tut mir leid. Ey, nicht über die Hälfte gehen, da geht einer über die Hälfte. Bitte zurückgehen, wer da auch immer links ist. Da kommt ein Heli draufhalten. Battle Axe, nicht so weit da, ne? Ich hab keine Munition, ich lauf nur im Kreis. Feindliche Vorräte unterwegs. Und da stirbt niemand. Braucht mal jemanden, der bei mir hier verreckt? Oh, hier, lass einfach den Tarnhelik gehen, jemand. Ich triff aber auch. Wahnsinn, ich kriege gerade der aber auf die Fresse. Ja, geht doch. Wartet, ich mach den, lass mir den, lass mir den! Oh Mann! Aua! Wen hab ich denn da angehltet? Drei Mal! Oh, wieso bist du da nicht dort? Also ich will ja nicht sagen oder so, aber der ganze Killfit ist ja voll von mir. Oh, hier nochmal. Könnt ihr mal bitte diesen Typen töten? Vorräte unterwegs. Ach so, feindliche Ferne. Verbündete Vorräte unterwegs. Wo ist die gelandet? Nein! Wo ist die Kiste gelandet, Tino? Welche Kiste? Keine. Nein, Tino, nein, Tino. Genau den richtigen Geräusch. Warum meine Kiste? Weil ich's kann. Weil ich's kann. Weil ich's kann. Ihr müsst schön die Kisten ordentlich schmeißen, ne? Sonst landen die dort weiß wo. Achtung! Feindliche Lange! Oh! Vierter Assisten in diesem Leben! Ich schau wieder! Scheiße, ich hab keine Amo mehr. Weißt du, wie's mir geht? Tino, du hast Vorräte! Was? Echt? Ja, du hast Vorräte! Hinter dir sind die! Oh, tatsächlich, danke! Jetzt kriegst du nochmal Vorräte. Gehst du weg? Bitteschön! Ey, der hat dir getauscht, der Hund! Du mieses! Du mieses Arzt! Ich geb dir da kein Zahn in den Kopf, nein, ich glaub, es geht los! Oh, schön! Du mieses Arzt, Alter! Hätt ich die eigentlich klauen dürfen? Nein! Scheiße! Das darfst du nicht, du darfst auch keinen Tölen. Alter, dieses Wallen und Tölen sind schlimm. Nee, das ist auch verboten. Nee, das ist auch verboten. Was darf ich? Das ist auch verboten. Das ist auch verboten. Ach, auf einmal! Das wurde mir nie gesagt! Oh, das tut mir aber leid. Tino, ist es erlaubt im Haus zu sein? Nein! Ihr dürft nicht im Haus bleiben. Ihr dürft durch... Fünf Sekunden, Jungs! Noch mal ne Kiste! Hab meine Bedrohung! Fünf Sekunden! Länger dürft ihr nicht im Haus bleiben! Also außer Earlyboy natürlich, ne? Und ich! So, wieder... Nein, auf, auf ihn zurück! Ah! Das ist die Ringe schon ewig! Ewig! Ne! Das war das Haus! Oh! Was haben wir denn hier? Ich hab was schönes für euch! Warte mal! Krieg ich auch mal ne Kiste bitte! Oh mein Gott! Oh nice! Boah, Jungs! Jetzt Ziels machen hier! Ich bin Weltmeister! Ich hab's über noch eins! Bringt euch das eigentlich was? Ja! Der Orbi? Ja! Eigentlich schon, ja! Nur Assist! Was ist das? Black Chicken! Raus hier! Du stehst immer noch im Haus! Du musst raus! Ich will nicht sterben! Ich sterbe so oft, ey! Es ist richtig schlimm! Ja! Ziel gesichtet! Noch mal ne Kiste! Was? Ja, ja! Oh, ja! Schaffen wir heute 200 Kussens raus! Geh weg! Geh weg! Wir haben übrigens heute mal zwei mal 15 Liefen eingestellt! Also... Werde ich auch so hochladen! Weil ich denke mal, äh... Anzerkiller Drohne bereits zum Einsatz! Fress das, Freundchen! Die gehen ein bisschen länger wohnen! Oh Gott! Hahaha! War das jetzt? Hahaha! Hast du ne Kiste gehabt, oder? Ehrliche Vorräte! So, ich verpiss mich da mal! Bin da mal weg, Leute! Reck immer kurz vorher! Oh! Oh! Weckung! Weg hier! Oh! 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 Gerade fragen wir da so aus! Was ist denn vor? Wie kann die die Vorräte nochmal wechseln? Oh! Schlimm, Alter! Hat er! Ich baue unbedingt wieder Muni, ey! Alter! Vorräte unterwegs! Was? Feindliche Vorräte? Ja, die hab ich mir selber verdient! Kill! Alter! Ey! 2, 2, 2! Oh! Gameboy! Oh! Es kommt ohne in Baratsach! Hopp! Ey! Wir sind gleich oben auf! Feindliche Vorräte! Ne! Nein! Ah! Ah! Irgendwie kill ich immer dich, Ali Boy! Mach ich nicht! Schützt mich mal! Oh Gott! Schützt mich! Schützt mich! Die vorne sind schon alle verballert! Ich darf jetzt hier ane sterben! Ich hab schon... Hey! Wir hatten der... Oh! Der Heli, ey! Ja! Ich krieg den grad nicht mehr! Ich hab keinen... Keinen... Oh! In early! Oh! Ich hab da noch jemanden angehätet! Bei die ist das! Aber... Wir können auch den Heli einfach mal ein bisschen abschießen! Oh! Scheiße! Ich war eigentlich hier im Vorräten und hab keine Muni mehr! Oh! Sie sind der Heli! Ich seh den gar nicht! Der ist schon weg! Also der flog grad nen Kopf! Oh! Oh mein Gott! Ein Korb! Ja der oben einfach mal auskennt, ey! Ähm! Da fallen Leichen vor mir mit! Boah! MG steht da! Nicht cool! Nicht cool! Jawoll! So muss das laufen! Ich bin halt gar nicht mehr raus, ey! Oh! Der hat das kaputt gemacht! Das ass! Ich hab meine Bedrohung! Tim! Man hört dich gar nicht mehr! Ja ja! Ist alles gut! Alles alles! Alles gut! Nein! Oh! Fuck! Mir gehts gut! Rechte Seite! Hinten am roten Auto! Ja das bin ich! Dein Erzfeind! Nicht auf dem sein Schild schießen! Rechte Seite! Hinten am roten Auto das explodiert ist! An den Garagen! Los! Kleid ihn ab! Ja da liegt einer neben der Garage links! Ziel gesichtet! Nochmal ne Kiste! Ja schön! Kann mich da wieder einladen? Oder soll ich denn einfach warten bis ihr fertig seid? Hey Jungen! Nicht immer die Linie! Boah! Ey! Wie müssen wir denn raus? Bei welchem Team? Hi early boy! Dann kommst du einfach wieder rein! Kannst du einfach wieder rein joinen! Ja ich hab den... Kannst du jetzt mal sterben? Doch! Den Battlehacks! Ja das geht nicht! Spiel betreten! Will nicht! Irgendjemand hat's nachgesäuern! Oh ne jetzt ist wieder frei! Jetzt! 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 Geht nicht! Oh dieses MG da hinten! Boah! Oh fuck! Nochmal ne Kiste! Wacht doch da liegt einer! Oh im Co! Feindliche Vorräte unterwegs! Komme! Wir freuen! Heilsäbung ist hier ab! Was ist das fürne SCHEIACE! Ich kann die Vorräte nicht holen! Neee oh alter! Ich kann die Vorräte nicht holen! Das ist ne verpackte Vorratskiss, jetzt ist sie dispawn. Das war, das ist Tino, Schiebung, das war alle extra gemacht. Never ever. Nein! Aha. Oh, da ist jemand im Haus. Böse, böse. Hopp ihn. Böse. Au. Toll, da hab ich selber mal Vorrede-Partien und dann... Was ist denn das? Was ist das? Ach, Alter. Tino da liegen Vorrede. Lieber Tube von mir. Ja. Oh, Geschütz hat nen Kill gemacht. Oh. Oh, ich hab schon wieder fast Ali-Wall gekillt. Fast. Aber nur fast. Nein, nein, nein. Ey, wie steht dieses Scheißhaus aus? Warte, stelle ich zwischen mich und die Anderbräune! Stelle ich zwischen mir, die hat er gelandet! Oh. Nochmal ne Käste. Was ist denn, ey? Pistenregen. Achtung! Feindliche Vorrede. Hinterm Brust, Alter. Klavisch gegen die Häuser nur aus Pappel. Das ist schlimm. Wir sind hier in China. Das ist ein Drecksgame. Yo! Vitamin, den hier schön ist. Och, Alter. Oh! Oh! 25 Punkte vor Vorrede und ich hab keine Money mehr. Oh! Das ist natürlich ärgerlich. Nein! Ab Schuss! Nein! Ich war trotzdem! Oh Mann! Ich war grad im Gegendrücken. Ja. Hat voll gesessen, das Ding. Nicht einmal so weit vorne und dann... Oh! Jetzt geht's ab! What the fuck? Jetzt kämp' mal im Haus. Nee, nicht im Haus. Alter! Warum du? Loadstar! Natürlich nicht im Haus. Nein. Oh! Ich hab irgendjemand angehittet. Ey, da ist einer über die Mütze! Ich bin nicht über die Mütze, nur Bombenplatz. Das ist Mütze, oder? Ich bin schon wieder rausgeflogen. Alter, M-Core. M-Movements. Was hat er denn hier? Leute, kommt doch mal nach draußen, nach vorne. Ihr steht immer hinten, oder im Haus, oder neben dem Haus. Kommt doch mal nach vorne hier, wo ich stehe. Ja, ihr müsst mal kämpfen. Oh, das war ein Headshot beim M-Core. Leute, kommt gleich her, zu mir! Stellt euch hinter mich! Oh, bitte! Hey, 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 hey! Gameboy, du warst über die Linie! Du warst über die Linie! Du warst über die Linie! Gehrechen! Ey! Doch, du warst über die Linie! Jetzt hättest du mich nicht hilf'n! Alter! Ja, ich komme! Ah, die Bombe zählt an die Linie! Da warst du drüber! Achtung! Oli, weil du lässt dich immer... Du lässt dich immer so leicht killen, ey! Ich? Ja! Ich bin doch nicht einmal gestorben! Nein, Early Boy! Achso! Achso! Ey, ihr seid doch echt schlimm an der Seite, da! Oh! Schleiß! Was aber denn hier schon ist? So, hier kriegst du auch noch mal! Oh, ne, ne! Oh, zweimal Todbringer! Achtung! Feindlicher Todbringer! Nein, die Munition hab ich gebraucht! Warte auf, meine Munition recht! Noch mal ne Kiste! Noch mal ne Kiste! Kisten! Alter, wie viele Todbringer hier rumliegen! Was soll das? Oh! Irgendjemand sterben! Nein! Achtung! Feindlicher Todbringer! So! Dino, ich bin schon wieder raus! Bin schon wieder raus? Ja! Keine Ahnung! Und schon wieder ne Kiste! Was? Ist denn Regen? Doch schlimm! Ein Killkiste! Nein! Oh! Ey, Leute! Scheiße! Oh! 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 Na, komm! Oh, die Boy! Erst mal! Bitte! Bitte! Etwas weiter woanders hin! Kiste! Achtung! Feindliche Vorräte! Du hast ein paar Punkte! Aua! Mein Gott! Ich bin wieder ne Kiste! Ja, auch Kiste wieder Tino! Ja! Nochmal ne Kiste! Oh! 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 Kiste Kisten! Aufheben! Achtung! Feindliche Vorräte! Ach, die sitzt so... Ist gut jetzt mal da drüben! Lass doch mal die scheiß Kisten in Ruhe! Die haben gar keinen Bock mehr Kisten zu liefern! Tino will die gar nicht haben! Oh! Das würd ich so nie sagen! Ihr könntet die Kisten auch aus Mitleid rüber schmeißen! Nochmal ne Kiste! Nein! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Passson! Ja, dann warte ich hier oben wie so ein Adler! Ich wache über dich! Auf die Beine! Hey, das ist so schlimm! So! 39 Kills ohne! Oh, nicht! Nicht Score zeigen! Ich muss mal mehr... Hm... Ich muss mehr Kills machen! Ja, mach mal solche Kills! Sehr davon! Viel mehr davon! Guck mal, der Typ hat 73! Ich hab... Ich bin zweiter Platz! Was los mit euch? Ihr habt doch Durchschlagskraft! Normalerweise muss das doch... Äh... Ich hab mehr Kills als das ganze Team zusammen! Ich hab vier Stunden Black Ops 2 jetzt! Beruhigt euch mal! Komm! Hier, gleich ne Kiste für dich! Tino! Ja, ja! Wer kriegt immer! Das Zeug loswerden, was ihr hier habt! Nein! 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 Hau ab! Hau ab! Yes! Hau mal Glück gehabt! Na! Nicht nicht! Euch beiden ist doch wohl klar, dass ich euch da wegschieße, oder? Guck mal an! Oh Gott! Noch... Echt jetzt? Ja... Warum? Ich hab da... Ding ist drauf! Also... Ach, wie viel noch? Oh! Was habt ihr denn? Das ist doch ganz normal! Wir werden da... Fin… NÖJ! DER BLITZ MÖJ! NÖJ! Es gibt's doch nicht, Alter! NIIIN... MARA!!! sagte MOURJ! Ohииiiinh! N O N N N... ja ich hatte aber angst dass du mir jetzt die drohne runter holst ich habe jemand angehittet nein nicht sterben kommt schon hier bin ich es gibt so nicht der gammelt an den kisten natürlich gammel ich ja das wirst du nicht dann anders machen auch kaum noch kaum noch kaum habt ihr noch mal vorräte für tino der geht bitte da oben weg steht er vielleicht auch sterben anscheinend nicht weißt wenn er einmal nicht an den kisten kommen da angerannt und killt mich alter wie viele 15 gucken wir mal was wir hier drinnen haben ich hausse dieses game so ihr dürft jetzt noch mal ein paar kisten bringen feindliche anfangs war unterwegs das nicht nur bei sich irgendwie vorliegen wir schmeißte verletzten durchs haus die reihe und zwar ja warum soll ich rumlaufen wenn ich die einfach durchsucht wird alles viel zu umständlich in der wir haben ihn kann man sterben aber ich habe ein paar jahrelang erhört der tage ich dachte auch wenn sie waren und ich hab jetzt Schwaben bekommen, aber ich hab mich schon gefreut! Nein! Ach, in dem Moment, wenn ich rauslaufe, GG. Oh, Orbi. Moka, kann es sein, dass du ein bisschen lagst? Orbi. Hab ich auch, Tino, hab ich auch. Nee, was hast du, gar nichts hast du. So Leute, jetzt abgekillt, knallt, knallt die alle ab. Kriegt... Jäger! Oh mein Gott. Du hast gerade gesagt, sorry. Könnt ihr mich mal töten? Ich hab keine Muni mehr. Oh, eigentlich geht's nicht. Könnt ihr mich mal töten? Emkor ist tot. Na, wie geht's euch? Tino, hörst du mal auf da oben? Ich komm dann gleich rauf! Jan, wo bist du? Ach, hast du dich auch gesehen? Komm her! Nein, du Arsch! Nein! Komm, die Kugeln gehen da nicht durch, das ist langweilig. Ach, kann man das Ding nicht einfach so abschießen? Doch, kannst du schon. Kannst ja mal versuchen. Ich hab keinen A. Ich hol den Honor, hab ihn! Doch, Alter! Die lebt immer noch! Ich hab dich gerade mit einer Rakete getroffen. Ja, und? Mach mir doch nichts. Fügt ihn einfach nicht. Wenn du mich magst, bitte zeig am Schluss nicht den Score. Dankeschön. Darf ich gerade mit dem Ding hinabgehen? Oh, das gibt's noch nicht! Schieß doch mal das Ding ab! Oh, da geht nicht hin. Ach, Scheiße. Wo sind die denn? Die sind alle in der Base. Nein, du Arsch! Oh, wir liegen aber schnell! Boah, Alter! Nein! Wie ich gerade mit dem Teil abgegangen bin! Unglaublich, ey! Oh, unglaublich! Latt mal durch den Zaun und keiner fällt um! Ach, der Blitzschlag steht das! Ach, der Blitzschlag steht das! Ach, der Blitzschlag steht das! Ey, das ist so lächerlich! Das ist so lächerlich! Der wär fast drauf! BAM! TINO LAUNTER IS GOOOMM! Oh, wie geil! Da sind sie gerade alle gespawnt, Alter! In dem Moment! Ey, Mann! Oh mein Gott! Ach, komm schon! Ich kann... Nein! Ich kann... Ja, ich komm gleich! Okay, machen wir's ein bisschen fairer. Ähm, Jan darf nur mit der Pistol spielen, okay? Was? Wow, Tino! Eigentlich hat das Ding gemacht! Schon wieder vorher hätte er. Also, ich wär dafür! Ach, du hast das Ding schon abgeschossen oder was? Demokratische Abstimmung? Was? асsicht nicht?! Geht nicht?! Nein, 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 drastic! Oh, kannst du dir was stricke? Das ist eine Vorwerte. Alter soll ich dir überhaupt sagen, was hier liegt? Was das da geht!? Oh! Lars, nicht du mit der Pistlin, sondern Jan! Ja, ich habe keine Munition mehr, deshalb muss ich mit der spielen, tut mir leid. Ohагvan, ich hab keine Munition ! Ahagvan, komm schon! Aber ich habe da auch nur noch andere Schwânz! Nur! Leute, die kann in die Rinderung! Nein! Wer ballert denn da durch meine Kisten ? Wie diese jetzt? Oh jaramento Ja krank! Ihm erstmal mit der Kisten, sie hält damals! In der Kisten. Da kämen wir noch in dem Haus. In der Kiste, meine Freunde. In der Kiste. Fall bitte um. Dankeschön. Ach, das gibt's noch nicht. Geh doch mal aus dem Haus raus, Tiger. Guten Nacht, Dino. Ich spring nur aus dem Fenster oben raus und dann da drüber. Wow! Ich kämpfe nicht im Haus. Wow! Alter, ich bin gerade respawned und dadurch, dass die Loads da... Ich hab die vor dem Kill, bevor ich getötet wurde, hab ich die Rakete abgeschossen. Wir haben jetzt noch die Punkte geguckt. Ja, was denn? Da setzen sich momentan viele. Weißt du, man sieht, ich glaube nicht dahinter. Nein, nein, nein. Der kommt! Ja, ja, ja. Oh Gott. Fuck. Du widerfordert, ey. Du hast mein Männchen getötet. Er hat mit dem Schild die scheiß Rakete geblockt. Oh, was sehe ich denn da? Ich hab ja alles vergessen. Woher willst du denn das Schaumschild? Scheiße, das schildst du mal. Hey, 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 beruhigt euch. Geht's euch. Jetzt reicht's, jetzt reicht's. Komm her, ich schieß dich ab, mir egal. Komm her. Ey, da läuft irgendeiner übers Feld. Och, Alter. Ich spawle und sterbe. Ey, das war meiner. Gute Nacht, Tino. Nix da. Doch. Nein, doch hatten wir. Was? Die hasten gekriegt. Hasten gekriegt. Ach. Ja, doch schon. Ja, und jetzt? Ja, ich seh dich gerade nicht. Am linken Auto sind die. Am linken Auto? Ja, aber wie hast du mich durch das Schild durch gemessert? Ja, aber wie hast du mich durch das Schild durch gemessert? Ja, das darf ich nicht vor mich stellen, wenn ich ihn abballern will. Nochmal. Jetzt geht's, ja. Komm, jetzt. Verdammt. Läuft. Heute noch sechs Minuten. Ich bräuchte noch mal ein bisschen was an Vorrede. Ne, 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 ne. Worauf hast du das? Hey, 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 hey. Wie rum rollen? Hauptsache, er hat ein 100 plus, gd. Ja gut, immerhin. Komm schon. Haben wir eigentlich durch die Hecke ballern? Das weiß ich gar nicht. Nein, nein. Was? Komm, komm Dino, komm her! Wo bist du? Dino, los! Wir haben uns gegenseitig gekillt. Der fährt in die Base. Nein, da fährt noch was. Was, welches Auto? Oh Gott, nein, nein, nein. Vorsicht, hinten, hinten! Noch mal, noch mal Vorräte. Ich hoffe, du meintest mich grad bei der Vorräte. Nein, ich meinte das nicht. Veli fährt mir da gerade. Ey, das ist so schlimm in einem Game. Kann jemand sterben? Oh! Ja, Tino, wieder Fault. Oh, Munition. Oh, Mann, wir waren hektisch. Darf man uns denn auch zu beschissen? Eins. Ey, komm schon, Double Kill. Nein, nein, oh. Böses Chicken Wing. Empol ballert die Leute schneller ab als meine, äh... Ja, der blockiert mich! Ja, der blockiert mich! Ja, der blockiert mich! Ey, spring doch nicht beim Zaun so rum. Ich will dich abballern, komm. Kann ich jemand töten? Ah, hier ist es hin, hier ist er. Okay, jetzt bin ich hoch. Oh, assist, nice, nice, nice. Ach, Alter! Jetzt im dritten Mal mit 5 rein. BAM! Ey, das ist 240, nice. Wartet einfach mal im Spawnen, wartet einfach mal im Spawnen. Achso, okay, es war nur einmal. Ich hab deinen geilen Trick. Also, Heldspawn und danach, ähm, Blitzschlag, das ist einfach cool, weil der Blitzschlag holt euch erstmal so weg, wo ihr rumsteht und dann spawnt danach die Heldstorm und ihr spawnt, in dem Moment macht's bad einfach cool. Wer springt denn da durch, geht irgendwo ins Feldmitten rein? Äh, passt auf, Hunter Killer. Boom! Ey, Mann. Wie sieht's denn aus? 4 Minuten haben wir noch. Sollte funktionieren. So, Jungs, ich mach euch nochmal Licht. Nein, küsst mich nicht! Boah! Auf mich anzuschießen! Ohohohoho! Komm schon. Komm schon, Jens. Komm schon! Ach, das Totkopf! Heißt, da ist Munition. Merk eigentlich nur, dass ich gerade am Muni verballern bin. Oh Gott! Nein, so kurz! Der hat gesessen, Alter! Du Arsch! Oh mein Gott, der hat schon wieder gesessen, ey. Oh nein! Habt ihr mal Vorräte für mich? Guckt ihr an, der hat zwei Leute, die überhundert haben! Eins vor Vorräten. Ja, bei mir und Jan läuft halt noch. Manchmal ist die Rede da unten, das ist schwer, ob drei Leute, die überhundert haben. Danke! Vorräte, Tino. Ja, sehr schön. Das ist meistmal nur du hin, ne? Boah, noch ein Kill, komm jetzt! Boah, wer liegt da? Komm ich dir! Aua! Boah, Alter! Hm? Abust! Ah, das geht! Das geht, das, ja, das geht! Das geht, das läuft! Finde! Toll! Boah, nochmal Vorräte hier! Feindliche Vorräte unterwegs! Ihr könnt mich mal armeharschnecken, wirst du das? Feindlicher Blitzschlag! Nein, Tino, verpiss dich! Vorräte! Ey, das ist so lächerlich! Tino, Vorräte! Sehr schön! wie war das mit Spawn-Tot? flieg meine kleine Taube aus Stahl 4 1,2,1 am Haus warum stellt sich eigentlich jedermann Schussfeld? warum ist meine... hier ist gegen die Laterne geklatscht, neben mir du merkst euch nicht zu erlauben, dass es von dem Chor die erste wollte nicht, die ist hängen geblieben heute noch 2 Minuten rund oh 151 wenn du jetzt noch einen Lotter kriegst dann noch mal, noch mal, ich hab noch mal eine Kiste ja, mach mal ja, ja, mach mal da sind jetzt Hunde drin da sind keine Hunde drin das ist das schöne für mich drin wenn du das Ding abschiebst dadurch kommt nur schneller alles runter ja, ja ich war's damit nein wenn das Ding jetzt außerhalb der Map gelandet wäre ne? oh, gefällt mir hä, was Wallbank da hier durch? oh nein hab ich nicht gesagt, dass genau das mir noch fehlt hab ich's nicht gesagt nein, du Arsch! hab ich's nicht gesagt komm Tino, 200 plus oh, Escort ohne weg ist die Escort ohne, weggeballert das Ding oh Gott, das gibt's nicht du kriegst nicht die 200 das kannst du vergessen mach's gut der denn jetzt hier ja, wie lang bleibt das Ding ja da oben hey, wie kann die immer existieren? die haben mich doch grad runter geholt jetzt aber doch jetzt bist du Hunde ey, Mann jetzt wird's schwierig jetzt wird's richtig schwierig jetzt wird's schwierig, ja wie viel sind's denn? 174 ey, nee, nee das ist nicht dann nehmen wir spielen die dritte Runde wenn Oli das will wenn Oli das will 1,2,3 Runde mal ja ich hab noch meine Kiste komm her, gebt deine Flüche Leute, ihr dürft nicht unter den Bus durchschießen mach ich nicht jetzt sind deine Flüche jetzt sind nur noch, ähm das wird knapp wenn ich über 100 Tode habe das wird knapp das hat er gesagt ich brauche die Zähne das wird knapp und es ist nein ne Drohne warte Tino, ich hab mal ganz schnell vorhört feindliche Drohne leer ja, das hilft nichts mehr nochmal, nochmal oh Leute, Taya kann's auch mal wissen ey, Mann was gibt's nicht? oh, bitte auch, dass es halt ist schon, danke ah, ist die Feinde an der Flüche ooooo joo aber wie zu blockieren du hast ihn mal weggeholt du NEIN DU HATEBOY was ist denn? willst du noch eine dritte Runde? ja, hau mal runter hau mal runter hau mal runter ok wir machen noch eine dritte Runde geht aber dann nur 5 Minuten also ich nur ganz kurz aber ein kleines Video und zwei Teile mein Plan war nicht über 100 Mal zu sterben der Plan scheitert jetzt haha vorräte vorräte mir bringen wünschst du mir vorräte? NEIN mir! 1400 Alter 5 Minuten noch gleich mal Licht nix Licht Drohnenassist Drohnenassist nein, nix Drohnenassist komm schon, komm schon, komm schon du bist schneller als er nein, bin ich nix ich hab schon wieder eine Kiste nein, eins geküsst sehr gut, sehr gut, sehr gut wir schaffen jetzt 200 Lust noch feindliche Vorräte unterwegs party gameful, komm her ne, hau ab, hau ab, hau ab er ist beim linken Auto komm her, komm her, komm her was das denn? oh, das gibt's nicht ich hab ne blindrakete gechancen oh, gameful blindgängerrakete ohne witz, gameful Tino schaut noch ganz schnell vorräte ja, cool ich hab euch ne Drohne rausgehauen und hab mir erzählt jetzt kommt Schwarm bitte ja, ein Schwarm muss ja vorräte unterwegs hey er schießt dauernd das Ding ab hier und äh, im Endeffekt ist es ja so weil die Vorräte, die wesentlich schneller sind ja, das ist aber meine einzige Möglichkeit noch ranzukommen ja, drei Abschlüsse weil ich jedes Mal 125 Punkte krieg das läuft ich brauch nur drei Vorräte von dir runter holen und schon hab ich den der guck hat noch einen angehittet was? oh, der hat gesessen oh, scheiße komm schon, der Tino braucht Vorräte bring die noch ein ja, ja der guck, der guck, geht weg ja, ja ja vollfach Abschutz, Alter hohohohoho keine Munition mehr, keine hoff perfekt genau, neben mir fällt jemand um kann ich hier durch das Ding bangen? komm schon was, jetzt schon? jetzt müsstest du aber langsamer weil ich dir alles in die Luft gejagt hab da müsstest du eigentlich ach ne, du bist ja gestorben ach, du bist ja gestorben äh, ja Oh, ich will nicht sagen, oh! Oh, ich will nicht sagen, oh! Achtung! Feindliche Vorreiter für mich! Ah, irgendwie macht das immer mehr Spaß! So, kommt was angetrüttelt! Und es ist! Es ist! Eine Drohne! Eine Drohne! Ja, ich wollte ja ein paar Punkte kriegen, der Fude! Du kannst nicht rechts laufen, weil der Jann ist! Du kannst nicht rechts laufen, weil der Jann ist! Alter, teine! Jann, kannst du vielleicht mal sterben? Ja, wenn ich keine Munition hab! Wenn ich keine Munition hab, ja! Nein! Nein! Nein, er ist gestorben! Oh, Kiste! Also, ich hab nochmal Vorräte, ja! Noch einmal! Das ist total unfasslich möglich, die Drohne runterzuholen, bevor die nicht auf dem Spielfeld sind! Ja! Feindliche Vorräte unterwegs! Sag mal! Habt ihr Langeweile da drüben oder was ist mit euch los? Besegnung! Näht ihr euch die Vorräte oder was geht ab? Das läuft so nicht! Ja, so ein bisschen! Oma, komm mal her! Trink mir mal Vorräte! Los! Nooo! Hock der da immer noch, der Döp! Achtung! Feindlicher Blitzschlag steht bevor! Ach, das ist doch... Ah! Nein, Alter! Komm, Tino! Hast du dich? Tino, neun kills! Tino, neun kills! Neun kills noch! Komm, jetzt ein Lotser drüben! Jo! Trau dich! Jawoll, Alter! Totbringer! Geht denn ab? Willst du auch mal sterben? Oh, was ist das denn? Alter, was ist das denn? Unloads da! Oh Gott, echt jetzt? Wo kommt das denn hier? Hä, was ist... Kommt uns vor! Dragonfire! Oh Gott! Echt jetzt? Ah, scheiße! Warum? Wie lang geht's noch? Eine Minute! Oh Mann! Deine Dragonfire kaputt, Tino! Wie kann denn so was passieren? Nein, du hast mich nicht gesehen! Nein, lass mich leben! Nein! Dino, ich wünsche dir Spaß mit deinem Scheißgeschütz da! Ich will nicht über 200... Ich will nicht 100 Mal sterben! Nein! Tötet ihn! Nein! Oh, Black Kick! Nein! Ich hätte ihn eh töten sollen, als ich die Chance hatte! Ich muss fahren! Oh, fuck it! Jawoll! Und ich ändere auch noch keine Scheiß-Kontat-Runde zu dem Geschütz noch! Hey, hey! Jetzt! Bei uns ist alles gut! Ja! 20er ganz schnell! Und dann hab ich irgendeine von euch entdeckt! Wie? Jetzt ist es eh schon egal! Rush, zieh einfach! Rush, zieh! Da wirst du! Nee, nicht Rush! Doch, Rush! Ich mach dich fertig! Komm her! Oh, verdammt! Ja! Einfach meins! Ey, Tino! Du sollst mal dein ganzes Zeug vielleicht mal einsetzen! Ja, witzig! Ich mach ihn los da! Wie soll ich das denn machen? 225, meine Damen und Herren! Lauf! Achso, Tino! Das haben ich und Jan sehr gerne gemacht! Wow! War gar nicht unfair! Krass! Ich hab so viele Kills wie mein ganzes Team! Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch den Video einen Daumen nach oben nass! Und in der Videobeschreibung sind die YouTuber verlinkt! Schaut nochmal bei denen vorbei! Emco, was läuft denn gerade bei dir auf dem Kanal? Äh, Live-Commentaries, Beat the Beast! Vor allem das, ja! Das ist das, was richtig gut gemacht hat bei mir! Kissen! Kissen! Oh ja! Kissen! Kissen! Oh ja! Oh ja! Wie geil! Ok, vielen Dank fürs Zuschauen, Otzerin! Tschüss! 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 Tschüss!